Musik Philadelphia 1966, Jefferson trat unter dem Namen Bradley auf, Mädchenhandel. Sydney 1967, gesucht wegen Mädchenhandel. Immer handelte es sich um Mädchen, wie macht der Kerl das? Januar 1968 war er in London. Januar 1968 saß er in Boston im Zuchthaus. Wie hat er das gemacht? Dieses kleine, süße Geheimnis hat er wohl mit auf den Obduktionstisch genommen und dort wird man es ihm auch nicht herausschneiden können. Die Fingerabdrücke, die auf der Mordwaffe gefunden wurden, Inspektor... Ja, was denn? Was denn? Auf der Mordwaffe sind Fingerabdrücke gefunden worden? Ja, Sir. Na, Perkins, worauf warten Sie noch? Der Mann ist sofort zu verhaften. Im Namen der Krone, Sir Arthur, Sie sind verhaftet. Na, 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 na. Wir sind im Dienst. Verbitte mir jeden Humor. Tut mir leid, Sir Arthur, auf der Mordwaffe fanden sich nur Ihre Fingerabdrücke. Da sehen Sie, wie positiv man sein muss. Smith, geht an Ihre Arbeit. Was gibt Sie da zu grinsen? Verzeihung, Sir. Ja, bei Ihnen kann man auch sagen, lange Haare, kurzer Verstand. Aber, aber, Sir Arthur, denken Sie doch mal an Einstein. Einstein trug nur als Geiger lange Haare und als Geiger war er schlecht. Das ist die Zeichnung, die nach der Beschreibung des Portiers gemacht wurde. Ich bin wohl gar nicht mehr vorhanden, Miss Finley. Doch, vielleicht kennen Sie die Dame. Entzückend. Sind Sie hier schon einmal begegnet? Leider nicht. Pepper. Da brauche ich erst gar nicht hinzusehen, Chef. Bei solchen Damen ist mindestens ein Tausender fällig. Das werde ich mir nie leisten können. Also dann zur Fahndung. Bis heute Abend wissen Sie, ob dieser Ring in London gekauft oder geklaut worden ist. Und was mache ich mit dem Rest des Tages? Das überlasse ich Ihrer Fantasie. Diese kleine billige Morgengabe ist der Dank für eine entzückende Nacht, auf die ich sehnsüchtig warte. Und das ist der Dank für einen geschmacklosen Witz, den Sie mir zu oft machen. Ich muss doch sehr bitten, Sergeant. Wir haben ja einen Mordfall und kein Love-in. Nein, Sir. Perkins. Was? Gut, ich bin gleich da. Los, Pepper, das mit dem Ring an Zeit. Darf ich Sie vielleicht fragen, was das für ein Anrufer ist? Ja, schließlich meiner war gerade nicht wahr? Mord bei den Las Vegas Girls, Sir. Ihr Tod geht Ihnen sehr nahe, ja? Wir waren befreundet. Blödsinnige Idee, so hübschen Gesichtern Masken aufzusetzen. Schauen Sie sich das an, Inspektor. Lebensschmühle Rast. Sie haben doch Ihr Gesicht gesehen. Wollen Sie sich vergiften? Wenn Sie sich die Maske überziehen, ritzen Sie sich mit der Nadel und das Gift unter die Haut. Woher kommt Sie? Aus Stockholm. Hatte Sie Verwandtin in London oder Bekannte? Nur Ihren Freund. Er ist Amerikaner. Sie hat ihn in Paris kennengelernt. Er ist uns nachgefahren. Los, Pepper, holen Sie den Mann her. Wie heißt er? Wo wohnt er? Im Palace Hotel, Mr. Archibald Jefferson. Chef, das ist doch... Ja, ja, schon gut. Ich danke Ihnen. Sie haben uns sehr geholfen. Ruhen Sie sich jetzt aus, aber bitte bleiben Sie im Theater. Wir werden Sie noch brauchen. Schaffen Sie die Leute raus. Bitte gehen Sie raus, ja? Denken Sie daran, dass es den Mörder immer wieder zum Tatort zurückzieht. Er kann mitten unter Ihnen sein. Das gilt auch für Sie. Lila Anderson ist also unsere Unbekannte, die gestern bei Archibald Jefferson gewesen ist und den Mord miterlebt hat. Bei dem Preis, den Sie dafür zahlen musste, hätte sie wahrscheinlich auf das Vergnügen gern verzichtet. Ja, hier bringen Sie die Maske ins Labor und dann nehmen Sie Ihr Zimmer unter die Lupe. Aye, aye, Sir. Oh, Donnerwetter. Sie haben aber ein Tempo am Leibmübel. Wir werden uns bei der nächsten Monte Carlo-Rallye anmelden. Aber ich habe doch gar keinen Führerschein zur Ase. Was? Ich bin doch kurzsichtig. Ich verwechsel immer die Bremse mit dem Gaspedal. Deswegen bin ich so dreimal durchgefallen. Also warten Sie einen Augenblick. Die Sache ist gleich erledigt. Der Gang liegt, Sir. Danke. Niemand verlässt das Theater. Alle Herren auf die Bühne. Alle Damen zu mir. Wie viele Messer haben Sie? Zwölf. Zeigen Sie her. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Tatsächlich? Kurz das Zwölfte. Das muss mir jemand gestohlen haben. Lüge. Sie haben damit gestern einen Mord begangen. Mr. Rubio hat gestern Nacht bis vier Uhr früh mit seiner neuen Assistentin auf der Bühne geprobt. Dann ist die Assistentin eben mit im Spiel. Falsche Zeugenaussage. Faften. So sehr wir uns freuen würden, wenn Rubio verhaftet wird, aber dass er gestern Nacht im Theater war, können wir leider bestätigen. So, Sie können das bezeugen. Ja, Sir. Und Sie? Ach, ich kann das auch bestätigen, Sir. Wer sind Sie? Mein Name ist Stoke. Ich bin der Inspeziert. Ihr raffiniertes Alibi macht Sie nur noch mehr verdächtig. Demnach waren auch Sie bis vier Uhr früh im Theater. Ich habe meine Puppen repariert. Ihre Garderobe liegt neben der der Las Vegas Girls, nicht? Ja. Sind doch ganz sinnlose Fragen, Perkins. Was hat denn das mit dem Mord im Palace Hotel zu tun? Ach, nur die Kleinigkeit, dass die Dame, die gestern bei Jefferson war, heute in der Garderobe der Las Vegas Girls ermordet wurde. Las Vegas Girls. Das war es, was ich vergessen hatte. Alle Las Vegas Girls zu mir. Ich brauche niemanden, der mein Alibi bestätigt. Hast du verstanden? Siehst du, Daddy, das hat man davon, wenn man jemanden decken will. Ha, 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 ha. Briss. first place. Bye. 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 Bye.